Servus, ich bin's Alex. Heute wieder in Berlin. Dort kann man eventuell die Siegesäule, bekannt als Goldelse, sowie den Fernsehturm im Hintergrund erkennen. Heute beim X-Race. Halbmarathon-Distanz. Fünf Runden sind zu fahren. Das ist ein Rundkurs. Eine Runde 4,2 Kilometer. Und heute ist es wahnsinnig heiß. Wir haben so die Temperaturen. 31 Grad. Wahrscheinlich sogar mehr. Das heißt, heute Kraft auf jeden Fall einteilen. Aber jetzt erstmal warmlaufen, Strecke anschauen und zum Start. Auf geht's. Und da ist die Kategorie hübsch auf den Ehe. Oh, Patrick Wallow und Udo Monze. Seine Kategorie hübsch auf den Ehe. Vielen Dank. Vielen Dank ist im Trainer, den er hier bleibt ist. Oh, danke, danke kleinen Dienstag. Vielen Dank ist meineerei! Hey, 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 hey! Die planten ja alles runter. Wahnsinn. Das wird wieder nicht weniger. 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 Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Einmal, einmal die Bühne! Einmal, einmal! Einmal, einmal! Vielen Dank. 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 ... 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